Paukenschlag beim Bundesliga-Dino. Der Hamburger SV hat seinen Vorstandsvorsitzenden Heribert Bruchhagen und Sportvorstand Jens Tott mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das bestätigte die Vereinsführung um Neupräsident Bernd Hoffmann in einer Pressemitteilung. Wir haben uns nach eingehender Analyse der Gesamtsituation zu diesem Schritt entschieden und widmen uns nun der Neuausrichtung. Bruchhagen selbst hatte erst im Dezember 2016 sein Amt im Norden übernommen. Jens Tott folgte einige Wochen darauf. Der bisherige Finanzvorstand Frank Wettstein übernimmt ab sofort die operative Führung der HSV Fußball AG. Präsident Hoffmann sieht diesen Schritt notwendig für die Entwicklung einer Strategie, die den HSV langfristig stabilisiert und in bessere Zeiten führen soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017